so meine freunde was geht und willkommen zurück zur nächsten runde dead by daylight endlich mal wieder ein ründchen als killer die lobby zu finden hat natürlich wieder gefühlte stunde gedauert das ist einfach das was mich am meisten nervt aber kannst du nichts machen trotzdem habe ich immer mal wieder bock als killer zu zocken heute ist die jägerin mal wieder dran und ein mit dem ball treffen aber der hat so hoch den hätte ich eigentlich treffen müssen kein wunder dass ich so einen schlechten rang habe das war ganz knapp du kannst uns nicht entkommen erst mal verfolgen da liegt hier wird nicht rum gekrochen na 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 junge ich hab dich gehört dass du darum gespielt hast wo der erste generator ist schon an natürlich nicht so geil so den kriegen wir trotzdem müssen wir mal gleich ein paar beile auffüllen aber der haken ist ja eine gefühlte ewigkeit wieder weg war die junge warte sehr schön da oben lief doch gerade einer aber das juckt uns jetzt erstmal nicht er ist über alle berge ist natürlich schon wieder er ja wir lassen ihn laufen er soll sich mal eine runde heilen hier werden hier war noch keiner dran sind die anderen opfer sind sie alle in der putze oder was und laufen hier rum da oben spielt auf jeden fall einer am generator rum mitten in die arme gelaufen perfekt man so die kriegen wir auch das machen wir erstmal kaputt hier wird nicht nochmal rüber gesprungen wir müssen bestimmt noch mehr im haus rumlungern auf jeden fall schrott ich den generator nochmal hallo alle verstecken sich oh wen haben wir denn da so den hätten wir erstmal an mal wieder ein paar beile auffüllen unten im keller gammeln sie rum hier war zumindest jemand im keller war keiner oder hinten direkt wieder zwei du musst doch laufen mensch da ist kein weg so den haben wir auch hinter mir läuft auch noch eine rum und vielleicht kriegen wir die noch habe ich sie gerade gesehen ich habe sie auf jeden fall gesehen so den hätten wir noch an hier hängen wir wieder auf die jagd geht weiter jetzt bin ich verwirrt einer nach links einer nach rechts gelaufen und die erste ist weg vom fenster hier ist doch keiner hier ist eine hallo hier vorne nochmal einen schönen hang da kommt freude auf die anderen beiden sind noch schön angehittet läuft bei uns würde ich sagen da sehe ich nicht aber vielleicht haben sie es auch zu zweit befreit ja ja junge so schnell entkommst du uns nicht ich oh der nächste ist da wenn so weiter geht werden wir auf jeden fall drei stück bekommen hier ist schon wieder eine ewigkeit rum ich habe noch immer keinen gesehen gehen wir mal andere richtung jawohl endlich mal wieder ein fehler jetzt hätte ich sie wahrscheinlich auch nie gefunden ha voll treffer na was ist das denn wollte sie gerade einen verraten oder was wo ist der andere vielleicht hat sie hier auch auf den haken gezeigt genau da will sie hin den gefallen will ich natürlich tun wir lassen den natürlich wieder zeit sich zu befreien oh man dieses pferde sieht wirklich sehr gut aus ja willst du die jetzt mal befreien die alte oder was die hängt da nicht zum spaß aha hat ja auch wieder einer rum gespielt da ist er ha die alte sau ach schade so da ist unser ja wir kriegen sogar alle vier er hatte genug zeit sie zu befreien und er ist natürlich disconnected sehr geil warum nicht ich hoffe natürlich dass euch die runde wieder gefallen hat und würde sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss 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 tschüss